hallo mein name ist marke kranz von 123 effizient dabei ich bin experten für büroorganisationen und habe schon vielen menschen dabei helfen können ihren arbeitsplatz so zu organisieren dass sie mehr zeit für die wirklich wichtigen dinge haben und mit meinem neuen arbeitsbuch mit dem titel die führungskraft als coach geht es darum wie man als führungskraft mit fragen führen kann und da möchte ich jetzt einmal kurz darauf eingehen was das eigentlich für einen vorteil hat schauen wir uns einmal an die führungskraft als experte die immer alles weiß und auf alles eine antwort weiß ist letztendlich der held aber als held ist man letztendlich die person die ja experte in allen themen ist alles sind selbst entscheidet und jedes problem löst und voraussetzung dafür ist letztendlich dass man wirklich über alles detailliert informiert sein muss also letztendlich produziert man selbst eine riesen informationsflut weil natürlich alle mitarbeiter alle ihre mails in kopie an die führungskraft schicken müssen die führungskraft ständig in besprechungen sitzt da sie ja alles regelt und mit jedem klären muss natürlich müssen muss sie im überblick behalten über alle zahlen daten fakten und auch die zusammenhänge verstehen und sich da auch im detail auskennen und das führt letztendlich zu einer massiven überforderung denn immer der held sein zu müssen ist auch super anstrengend und letztendlich ja führt es dazu dass führungskräfte häufig auch ausgebrannt sind überfordert sind und sagen mir in meinen trainings immer wieder sagen ja ich sitze den ganzen tag in den besprechungen komme erst ab 18 uhr überhaupt dazu meine eigentliche arbeit zu erledigen sitzen dann bis 22 uhr letztendlich am schreibtisch und am samstag auch noch urlaub davon kann eigentlich schon gar nicht mehr die rede sein deswegen kann das eigentlich nicht mehr der richtige weg sein und die lösung dafür ist letztendlich dass man als coach sich versteht das heißt mit fragen führt fragen zum hintergrund stellt fragen zum prozess stellt also was ist bisher gelaufen was hat der mitarbeiter bisher getan um ein problem zu lösen und was könnten die nächsten schritte sein das heißt durch diese fragen kommt der mitarbeiter in die situation dass er selbst das problem lösen kann und das stellt eine riesen entlastung für die führungskraft da weil sie sich nicht mehr so im detail auskennen muss dass dafür ist der mitarbeiter verantwortlich und letztendlich diese gespräche auch schnell mal zwischendurch geführt werden können und auch gar nicht so lange dauern und der vorteil ist eben auch für den mitarbeiter dass der halt ja merkt mensch ich kann meine probleme selbst lösen und das motiviert ihn einfach unglaublich und trägt zu einer hohen zufriedenheit bei wie können jetzt solche coaching gespräche aussehen wie was sind da für schritte welche fragen kann man stellen darum geht es jetzt im detail in diesem buch und zwar stelle ich ihnen in in diesem arbeitsbuch verschiedene fragetechniken für 19 verschiedene sogar ja man glaubt immer naja gut es gibt offene und geschlossene fragen und damit ist es doch getan nein es gibt natürlich offene und geschlossene fragen aber noch 17 weitere methoden und ich erkläre ihnen auch in welcher situation welche frage wirklich auch geeignet ist und gebe ihnen beispiele dazu außerdem zeige ich ihnen verschiedene fragestrategien also wie kann ich mich auf einem mitarbeiter gespräch vorbereiten wie kann ich das durchführen welche schritte sind da sinnvoll das gleiche natürlich für ein abteilungsteam oder auch projektmeeting und ja die spannende frage welche fragen sind auch in welcher situation welchem step von diesen strategien sinnvoll ja und damit sie das dann auch alles selbst noch mal ausprobieren können habe ich in diesen arbeitsblättern es ist ja ein arbeitsbuch also hat es auch viele arbeitsblätter für sie verschiedene übungsaufgaben zusammengestellt ja dass sie also selbst mal üben solche fragen zu formulieren und geeignete situationen zu finden aus ihrer praxis ja so dass ihnen der praxistransfer auch leichter fällt ja das sind letztendlich die inhalte von diesem arbeitsbuch das als ebook zur verfügung steht wenn ich ihren interesse geweckt habe wenn sie dieses thema einfach vertiefen möchten für sich dann klicken sie bitte hier unter diesem video auf den bestellbutton und nach der bezahlung bekommen sie sofort zugriff auf dieses arbeitsbuch viel erfolg damit